Guten Tag und herzlich willkommen! Ich bin hier mit Horvath in St. Moritz, in Sialpes, in Svizekland. Ja klar, auch meine Freunde, Ato Ivan, haben das Gespräch. Wir wollen eine Residenz am See, das liegt am See. Es ist schön, wunderbar. Hinter uns ist das Laich Athletik Stadion hier in St. Moritz, wo viele Athleten sich vorbereiten für die europäische Meisterschaften in Zürich. Das ist St. Moritz. Hier machen ich und Ato drei Nieren. Ja. Das ist ein Vogel. Hier kann man Fleisch, Milch und Brot kaufen. Ja. Und hier kann man Milch, Fleisch und Brot essen. Und dann kannst du deine Scheisse würfen. Hier ist das katholische Schiff in St. Moritz. Und hier kannst du schwimmen. Die Natur ist wunderbar. Und wenn alles still ist, kann man die Glocken der Kuh hören. Die Natur ist wunderbar. Die Natur ist wunderbar. Die Natur ist schön. Die Natur ist wunderbar. Die Natur ist wunderbar. Die Natur ist wunderbar. Die Natur ist wunderbar. Vielen Dank.